Die Jacksons auf Radio Arabella, Kenny Philit. Kein gutes Gefühl in diesen Tagen. Es ist der zwölfte Tag mittlerweile, an dem Krieg in der Ukraine herrscht und die Hilfsbereitschaft der Menschen reißt nicht ab. Jeder will was tun, jeder will helfen. Wir von Arabella wollen natürlich auch unseren Teil beitragen und haben eine größte Kinderhilfsaktion in Bayerns gestartet. Zusammen mit der Care for Rare Stiftung am Haunerschen Kinderspital der LMU in München setzen wir uns für schwerstkranke Flüchtlingskinder ein. Und genau das hat heute Arabella-Hörer Thomas Leichenberger bei uns im Radio gehört und beschlossen, er will auch helfen, Thomas. Da ich dann eine Szene mit Don Kraine und dann die Mutter gesehen habe, die zwei Kinder auf die Arme hat, habe ich zu meinem Chef gesagt, du pass auf, unsere Firma hat ja einiges an Auto deutschlandweit. Die wäre so 35, 40 unserer Fahrzeuge zur Verfügung stellen und würden mit unseren Fahrern einfach da rauf fahren und dann zugleich die Damen oder sprich die Mütter mit ihren Kindern zu uns nach München holen. Und mein Chef war so begeistert und sagt, du Leichenberger, mach das. Ja, Thomas, tausend Dank für Ihren Einsatz und wenn auch Sie unsere Arabella-Aktion für schwerstkranke Kinder aus der Ukraine unterstützen wollen oder einen anderen Beitrag leisten wollen, auf radioarabella.de gibt es alle Informationen rund um diese Aktion und seriöse Hilfsangebote.